Hi, ich bin Linda von linderella.de. Ich habe oft Stress im Alltag und mache viele Sachen gleichzeitig. Manchmal wird mir das auch ein bisschen zu viel und dann suche ich mir Auszeiten. Wenn ich heimkomme, dann freue ich mich erstmal auf meinen Hund, mache mir eine große Tasse Parment Relax von Teekanne Organics. Das ist alles natürlich und sogar die Verpackung ist nachhaltig. Ich liebe es nach der Arbeit noch rauszugehen, mit der Vicky zu spielen, spazieren zu gehen oder auch einfach nur eine halbe Stunde Yoga zu machen. Am liebsten habe ich meine Tasse Tee dabei und kann vollkommen relaxen.